Liebe Stadtwerkerinnen und Stadtwerker, 2024 ist gerade für die ASEF ein besonderes Jahr. Im 35. Jahr, also seit 1989, stehen wir Stadtwerken zu den Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz mit Rat und Tat zur Seite. Gerade im letzten Jahr ist unser Netzwerk mit 34 neuen Mitgliedern noch einmal deutlich gewachsen, auf mittlerweile über 370 Stadtwerke bundesweit. Auch das ASEF-Team ist gewachsen. Rund 40 Kolleginnen und Kollegen sorgen dafür, dass das ASEF-Netzwerk immer am Puls der Zeit bleibt. So gewährleisten wir zudem die optimale Betreuung aller Stadtwerke zu den aktuellen Themen der Energiewirtschaft. Im ASEF-Jahresbericht 2023-2024 haben wir wieder die aktuellsten Fakten und Ereignisse für Sie zusammengefasst und informieren über Neuerungen in den Bereichen Klimaschutz, Ökoenergien, EDL, Vertrieb, Marketing, Veranstaltungen und Forschungsprojekte. Vielen Dank für Ihren und Euren Einsatz und das Vertrauen in die ASEF. Vielen Dank. Vielen Dank.